Tim Farber und Roland Rosenbauer Der leckeste Radiosender der Welt Und immer mit Schiff guckt Und dem ehemaligen Ex-Kollegen von 1986 Radio 5 Ja, und die neue Welle Franken natürlich Das ist die neue Welle Franken, Roland Rosenbauer Und DJ Stoney Und das ist Radio 5 Fürth Genau, Tim Farber Später auch Charivari Später auch Radio Charivari Radio 8 auch Legendäre Zeiten Ja